und davon ist leicht links ist so ein hemmingway truck stop da bin ich gespawnt und jetzt mit doch größer als viel vor erdachten ja was ich gleich mal mache wenn ich in cranberry war dann geh ich mal hoch zu pliessen überleih krisen ferni oder kann ich auch hinkommen da muss ich nur die straße bei mir hoch ich lebe mich mit meinem tier schnell hin ich bin mal kurz von toller weg bis gleich hier gibt es sogar richtig straßen das ist richtig gut gemacht die durch straßen mit norden und süden dann kannst du auf die karte gucken dann hast du die highway nummerierung hier sind stadt schilder in der plätschend rally zeigen und so ja wir haben so kalt hier in der wohnung kann man kurz heißen was anmachen süße ich hab voll harte nippel ich hab voll harte nippel zeigen sie ja ach was muss sein 0 ey 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 da haut ab ey komm ey du scheiß Zombie what ich steh da hinter mir ey wie ist denn halt von mir aus ähm guck mal nicht schlechter Zombie der hat sich grad einfach mal so weg teleportiert ich renne ihn hinterher und auf einmal stand der hinter mir Ey scheiße, ich blute! Ich seh ja nur südlich vom Pleasant Valley, da kommt irgendwo an der 25 so ein Truckstop Ich muss mal gucken, wie ich dahin komme An diesem Truckstop, da bin ich in circa 5 Minuten hoff ich Da hab ne Blutung an Aufgabe Da Blut ist voll gut gemacht, ne, da ist sogar richtig an ne Wiese am Kleben, ey lol Ne, jetzt ohne Scheiß Ne, jetzt noch deine Füße in der Ego Perspektive siehst, ne? Das ist ein neues Lieblingsspiel, ne? Jo, ey, also die kann man nicht sehen, man! Aber vielleicht machen sie halt noch einen Ich muss den Support anschreiben, ich find ihr Spiel wirklich sehr gut, es bereitet mir große Farbe Ich kann das nicht spielen, wenn ich meine Füße nicht seh Genau, ey Ich hab ne Machete gefunden, Machete Kills Machete Kills ist Black Was ist das denn? Ich hab Multivitamin Tabletten gefunden Hab ich vorhin auch, ich weiß aber nicht, was ich machen Also mit Blackberries könnte ich euch bewerfen Ich hab nämlich schon mal so ein Feld gefunden Gottabitab, hee hee, aaaaaaah Tja Aber Bandage könnte ich auch herstellen, ne? Ja, das ist ja Standard Das ist doch Standard, Mädchen Doch Klar Das muss klatschen Das muss richtig klatschen Ist doch scheißegal, auf jeden Fall kannst du das jetzt gut Ich kann jetzt momentär stellen Bandagen, ne Tür, ein Lagerfeuer, Metallbarren, gereinigtes Wasser, Wood Planks und Wood Sticks Ich kann, ähm, ich hab grad Zucker, äh ne Salz hergestellt, also ähm, mit Wasser hergestellt, ne? Ja, schön, schön Ich kann, ähm, ich hab grad Zucker, äh ne Salz hergestellt, also ähm, mit Wasser hergestellt, ne? Ähm, aber wenn ich das jetzt mit, ähm, Bandagen, ähm, kräfte, kann ich ein First Aid Kit herstellen Das halt dann wahrscheinlich viel, viel, viel mehr, ne? Ja, ist ja First Aid, ist ein Kit, hallo? Wie ist das gemacht? Und was? Haben wir einen? Nein Äh Du scheiße, hier wo ich bin, da ist einfach nichts, äh No First Aid Kit Alles klar Also wir treffen uns im Pleasure Valley nachher, irgendwann mal, ne? Ja, das ist das Ding, wer macht, ey Genau Gut, dann, klapper ich jetzt den Truck Stop da ab Ey Zombie! Ey, was stehst du hier so rum? Also ich brauche garantiert noch, zwei Wochen bis ich da bin Wie lange bleibst du eigentlich auch nicht schlafen, wo ich dich grad schon gefragt habe? Ähm, halbe Stunde noch, denke ich Na gut, okay Dann müssen wir noch einkaufen, heute Abend gehen wir essen Ja, genau Ah, du wolltest noch nachher Kino, ne? Ach so, ja, ja Gehst du auch schon ihn? Ähm, ne Boah, jetzt haben wir Licht auf dem Boden, vollkommen rum Also falls du noch mal Lust hast, oder so Noch irgendwas Ja, ich schreib dann, falls ich noch mal Ich weiß ja nicht, wie lange wir unterwegs sind, ne? Aber wenn sich das nur lohnt, schreib ich dir Ja, weil dann können wir irgendwie auf einen anderen Server gehen, oder so Oder hier weiterspielen müssen wir dann Ist ja egal, wir können ja Wir sind ja im Moment sowieso alle verteilt Ja Außerdem wirst du eh, denke ich mal, alle Stunde noch verrecken Ich bin jetzt an dem Truck Stop Jetzt müsste ich da circa abschätzen können, wo ich auf der Karte bin Irgendwann, ne, wenn man auch die Zombies töten, dann klebt Blut an den Klamotten Haben die im Wicker gesagt, und die muss man dann abwaschen, die Klamotten Wegen der Blut, sonst rennen dann die Zombies die ganze Zeit hinterher Oder du spritzt dir der Zombie gehen, dann denken die du bist einfach im Leben Oder du spritzt dir der Zombie gehen, dann denken die du bist einfach im Leben Haha Oder Lass mal hier bitte flashen, dann nehmen wir noch was Der Zaun ist auch ein Aldi ey Das haben die richtig gut gemacht Kann ich das Haus abbauen? Tschüss, schönen Abend noch Ey Zombie Hi Ach der will nach mir Genau, rennen durch den Zaun Der ist es, der ist es da hingegangen, ne Wo das frische Blut lag, doll Es kann ja nicht sein, dass der komplette Truck so noch leer ist Mann Also die, äh, Rektile Effekte haben sie gut gemacht Ach du Scheiße Ach du Scheiße Jaja, bis gleich. Ja, bis gleich. He he. Ohne Rucksack ist er echt scheiße. Nein. Zu scheiße. Ach du scheiße, ist er dunkel. Hallo. Jetzt ist er dunkel, ne? Ja, ich ne gute, ist gerade echt dunkel. Kuckuck. Au. Ngintic. Ich bleibe dann mit dem Rommel Antibiotika hab ich gefunden Ja, aber ich hab dafür keinen Platz Ich hab echt null Ahnung, wer irgendwie was ist Und du bist und wo du hin musst, oder was? Ja Guck da auf die Karte Aha Ähm, geh einfach mal in Kreuzung oder so Da sind Straßenschilder Straßennamen Oder du findest so ein Root 65 Schild oder was weiß ich Hört zu, ich hab schon die ganze Zeit Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Das Gefühl, dass der Truckstock, den ich hier gefunden hab, die einzige Anlaufstelle in dem Gebiet hier ist Entsprechend finde ich hier gar nicht mehr sehr viel Okay It's time to die Oh cool, eine Mütze Ura, eine Red Cap Ura, eine Red Cap Hallo Oh Gott, glaub ich Jetzt tun wir es vork mich an Jetzt tun wir es vork mich an Ich bin direkt, äh, an der First Street Das ist das halt geradeaus und dann einfach mal links First Street? Ja Ich glaub irgendwann druck ich mir die Karte von dem Spiel einfach mal aus Dann Das ist aber auch Okay, äh Ist jetzt eigentlich direkt drüber, ähm, Campberry Geradeaus so Halt hoch Ah, eins ist die Street Oh, musst du geradeaus hoch und dann links Ja Ich muss gleich nur die lange Kurve hoch über die Farm und dann Glaub ich ja, bin ich irgendwann in 10 Jahren oder hinten Oh, ne Eule Oh, ne Eule Die Eule hab ich gerade auch gehört Aber für mich steht es fest, Leute, naja, ich würde auf jeden Fall einen PvP und einen PvE Server als, ähm, Hauptdingens wählen Ja, natürlich Ich würde mal sagen, erst mal auf den PvE Server klarkommen, also generell, weißt du was ich meine? Erst mal die ganzen Rezepte hinkriegen und alles Genau Ja Hey Alter, voll der Bärenfeld hier echt, das ist gut Oh, ich wollte gerade meine Flasche mit Toilettenwasser auffüllen, geht aber nicht Jo, wie hast du denn eigentlich gemacht, dass du es im Bad auffüllen konntest? Einfach Jus versucht Ja, aber wo es geregnet hat, äh, geregnet haben Achso, also Lare ist nicht an der Toilette, sondern am Regen Am Regen, meinte ich ja Hat ja auch geregnet, das ist halt WTF Du musst selbst wenn du jetzt bei mir rechnen, scheiße draus Ich fähre dich Nein Schnell mal ein bisschen drauf Da kommen nur Dinger raus Huuuuh An den Bärenfücker An den Bärenfücker Warum haben die hin? Ich habe irgendwie gerade eine Walle zu saufen, ey Ich habe immer nur 50, oder so Ich habe immer nur 50, oder so Ich habe immer nur 50, oder so Boah Ich habe auch Essen schon die ganze Zeit auf 100%, aber ich finde absolut nicht zu trinken Ach, mein Leben 64% Ärgerlich, ja nur wegen dem doofen Bär vorhin Brrrr, Wookie Brrrr, Upsch Jo Interessant wäre mal gewesen, wenn ich den Bär Diese infizierte Spritze da gespritzt hätte, hätte ich gefunden Ich hoffe das erstmal Ich wollte ja nur hingehen und ausprobieren, ob ich den überhaupt irgendwie angreifen könnte War dann sofort Geschichte Geht Ich werde im Bezug auf den Bezug auf den Bezug auf den Berg Aber das mit den Wägen haben die gut gemacht, so als Ausweichkeit, zu überleben. Jo, vor allem findest du die Massen, gell? Ja. Wenn du dann noch Wasser hast und das kombinierst, dann richtig praktisch. Ach, wenn du nachher einen Bogen hast und richtig da auf Jagd auch gehen kannst. Fast wie eine Mischung aus Desi und The Forest. Du musst placken. Wie können die jetzt einen Bogen machen? Da frag ich mich immer noch. Das ist bestimmt ein ganz einfaches Rezept, irgendwie mit Stöckern und noch irgendwas. Also wenn ich nur einen Stick discover, dann bekomme ich eine Falle. Okay. Ach, der kann man schon discoveren? Ja. Hab ich noch gar nicht versuchten. Hab ich hier auch gemacht. Die sind mit den Stacheln da, ne? Wenn ich hier einen Wood Stick, dann kriege ich einen Wood Arrow. Genau. Ah, nochmal kriege ich eine Falle. Wenn ich, ähm, Wood Stick und Wood Plank Crafte, bekomme ich, äh, eine Tür. Ja, die habe ich schon gehabt. Achso, okay. Keine Ahnung. Cool. Ich habe mich immer mit, echt nur mit Bären am Leben und finde immer wieder Bärenfilter. Total praktisch. Hoppla. Ist die nebel hier? Ja. Ihr solltet immer Q drücken, wenn ihr die Zombiesken greift. Naja, dann schmeißt man die ja so weg, dann schubst man die ja so. Ja, durch das Schubsen fallen die auch manchmal hin. Könnt ihr die Ofen angreifen. Oh scheiße, ich hab gerade was kaputt gemacht. Hätte ich ja nicht machen brauchen. Egal. Ich bin echt froh, dass ich überlebt hab. Ich nicht. Ich glaub, wenn das nächste Mal kritisch ist, einfach in den Wald rennen und alles wird...